Wasser hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Lifestyle-Produkt entwickelt. Angeboten werden nicht nur Wasserflaschen mit echten Swarovski-Kristallen, sondern beispielsweise auch sündhaft teures Wasser von den Fidschi-Inseln, Edelsteinwasser oder Wasser mit einer Art Gedächtnis. Das soll Vitalität, Schönheit und Gesundheit bringen. Was steckt dahinter? Und ist es überhaupt gerechtfertigt, dass Mineralwasser teilweise hundertfach teurer ist als das Wasser aus der Leitung? Von Clixoom Science & Future hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Clixoom gibt es jetzt übrigens auch nur auf die Ohren und zwar als Podcast. Die Links zu Apple Podcasts und Spotify sind unten in der Videobeschreibung. Es herrscht eine schier endlos große Auswahl in den Regalen der Supermärkte, denn Mineralwasser gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Eine Flasche bekommt man ab etwa 30 Cent. Doch nach oben kennen die Preise keine Grenzen. So zum Beispiel bei einem sogenannten Luxuswasser aus Kanada. Laut der Werbung besteht es zu 100 Prozent aus aufgetautem Gletschereis aus der Eiszeit. Und so soll es sich, Zitat, um das natürlich reinste abgefüllte Wasser der Welt handeln. Und das Wasser soll nicht nur den Durst löschen, sondern sogar unserer Gesundheit etwas Gutes tun. Den Versprechen der Hersteller zufolge, nämlich erreicht es aufgrund seiner Mikrostruktur unsere Zellen besonders schnell und trägt so zur, Zitat, Energetisierung des Körpers bei. Pro Liter muss man dafür rund 18 Euro hinlegen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich mit Wasser so richtig viel Geld machen lässt, kommt aus den USA. Hier ist vor allem die Verpackung eine ganz besondere. Die Flaschen sind handgefertigt und mit Diamanten oder Rubinen versehen. Das Wasser selbst entspringt im US-Bundesstaat Tennessee. Und obwohl man für die besondere Flasche einige hundert Euro hinlegen muss, kennt es die Bevölkerung in dem kleinen US-Dorf als normales Trinkwasser. In Kreisen der High Society wird nicht nur die Verpackung, sondern auch der Geschmack als besonders sexy bezeichnet. Besonders rein soll das Wasser sein, das auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik abgefüllt wird. Schließlich gibt es dort in der näheren Umgebung keine Industrie, die das Wasser verschmutzen könnte. So das Hauptargument. Die Fans von diesem angeblichen Edelwasser vergessen dabei allerdings, dass es rund 15.000 Kilometer zurücklegen muss, ehe dieses Wasser dann hier bei uns in Sternrestaurants landet. Und das ist alles andere als umwelt- und klimafreundlich. Diese Beispiele zeigen alle sehr deutlich, dass Wasser mittlerweile viel mehr als seinen eigentlichen Zweck erfüllt. Es handelt sich heutzutage um ein Lifestyle-Produkt. Wasser steht für Status, Gesundheit und Schönheit. Und damit lässt sich Geld verdienen. Die Esoterik-Szene ist aufgesprungen und preist bestimmtes Trinkwasser als besonders heilig oder heilsam an. Verbreitet wird das vor allem über das Internet. Die Rede ist von, Zitat, lebendigem oder, Zitat, vitalisiertem Wasser, das den Werbeversprechungen eine deutlich höhere Qualität hat als anderes Wasser aus der Leitung. Und noch mehr. Diesen Vorstellungen zufolge hat dieses Wunderwasser sogar eine Art Gedächtnis, um Informationen aus der Umwelt zu speichern. In der esoterischen Welt gibt es außerdem auch Edelsteinwasser, das gesundheitliche Beschwerden lindern kann oder aber heilige Quellen, die Krankheiten aufgrund besonderer Schwingungen heilen können. Auch die Firma Grander Wasser aus Tirol mischt dabei mit. Demnach handelt es sich bei dem Wasser um ein, Zitat, lebendiges System, das die Fähigkeit hat, sich zu regenerieren. Der Erfinder Johann Grander war überzeugt davon, dass sich die Wasserstruktur verbessern lässt und somit dessen Selbstreinigungs- und Widerstandskraft gestärkt werden kann. Grander will eine Quelle aufgespürt haben, dessen Wasser eine, Zitat, Urinformation enthält. Bis heute ist nicht klar, was diese angebliche Urinformation beinhalten soll und wie sie entziffert werden kann. Doch für Johann Grander und sein Unternehmen steht fest, dass diese Urinformation auf anderes Wasser übertragen werden kann. Angeblich soll das andere Wasser diese Information dann ebenfalls aufnehmen und dadurch ebenso, Zitat, belebt werden. Seine Tiroler Firma will zudem bestimmte Verfahren entwickelt haben, um das Wasser dahingehend zu behandeln und somit zu verbessern. Die Rede ist von sogenannten Wasserbelebungsgeräten, die die Firma für viel Geld an Unternehmen und Privatpersonen verkauft. Auf die Idee gekommen ist der Unternehmer Johann Grander nach eigenen Angaben durch eine Eingebung Gottes. Der Chemiker Helge Bergmann ist Autor des Buches Trübe Wasser, der esoterische Wassermarkt und hat zu dem Tiroler Unternehmen und den Produkten eine ganz klare Meinung. Grander hat viele Gerichtsverfahren in den Hals gekriegt und er hat nicht einmal bewiesen oder beweisen können oder lassen, dieses wasserinformierte Wasser hat irgendeine objektiv-wissenschaftlich-nachweisbare Wirkung. Es kam also zu juristischen Auseinandersetzungen. Beispielsweise in Neuseeland. Hier wurde der Betreiber des Grander-Wassers zu einer Schadensersatzzahlung von rund 77.000 Euro verurteilt. Das Gericht bezeichnete seine Produkte als, Zitat, Pseudowissenschaft und Quacksalberei. Fest steht, keine der Behauptungen des Grander-Unternehmens konnte bislang wissenschaftlich bewiesen werden. Im Gegenteil. Viele der aufgestellten Behauptungen wurden in wissenschaftlichen Untersuchungen widerlegt. So zum Beispiel von der österreichischen Bundesanstalt für Wassergüte, die sich bereits vor vielen Jahren mit der folgenden Behauptung eingehend beschäftigt hatte, Wasserbelebung hat eine entgiftende Wirkung. Dazu heißt es in der Analyse der Bundesanstalt für Wassergüte, Grander-Wasser hat keinerlei entgiftende Wirkung. Anders lautende Behauptungen wie die zuvor von Grander-Vertretern getroffenen Aussagen sind falsch. Die angeblichen Studien und wissenschaftlichen Arbeiten, auf die sich Firmen wie beispielsweise das Grander-Unternehmen beziehen, sind laut dem Chemiker Helge Bergmann nicht ernst zu nehmen. Ja, für mich ist das ein Marktplatz von Schwindlern und Lügnern, denn ich habe viel korrespondiert auch mit Akademikern, die ja dann was veröffentlicht haben, das Kochsalz, Himalaya-Salz. Wenn man das auflöst, dann kriegt diese Lösung Schwingungen und die werden von Menschen nach dem Trinken übernommen. Und das tut den Menschen so und so gut. Ich habe mich deswegen zur Universität in Graz gefragt, wo ist denn diese Diplomarbeit? Ich musste dreimal nachfragen, da wurde mir gesagt, das war ein Paper, was gar nicht zur Veröffentlichung gedacht ist. Das steckt hinter den angeblich wissenschaftlichen Nachweisen, die immer erlogen sind. Heißt also im Klartext, die besonders außergewöhnlichen und positiven Eigenschaften des Wassers sind wissenschaftlicher Humbug. Über das sogenannte Gedächtnis des Wassers gibt es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Keine der genannten Wirkungen des Grander-Wassers konnten bisher wissenschaftlich bewiesen werden. Dennoch bleibt die Frage, wie gesund das Wasser wirklich ist, dass wir täglich meist literweise zu uns nehmen. Jedenfalls besser wäre es, wenn wir es literweise trinken. Sollten wir besser Leitungswasser aus dem Hahn oder aber Mineralwasser aus dem Supermarkt trinken. Letzteres wird in der Werbung als besonders rein und reich an Mineralien angepriesen. Tut man seiner Gesundheit also wirklich etwas Gutes, wenn man sich Mineralwasser kauft und dafür teilweise hundertfach mehr Geld ausgibt als für das Wasser aus der Leitung? Die Ergebnisse der Stiftung Warentest zeigen ein klares Ergebnis. Im vergangenen Jahr 2019 wurden 32 stille Mineralwässer getestet und in jedem zweiten Wasser fanden die Gutachterinnen und Gutachter unerwünschte Keime, erhöhte Gehalte an kritischen Stoffen und außerdem auch Verunreinigungen aus Industrie und Landwirtschaft. Auch in Sachen Mineralstoffen schnitten die stillen Mineralwässer eher schlecht ab. Laut den Testergebnissen aus dem vergangenen Jahr haben einige Mineralwässer sogar den durchschnittlichen Mineralstoffgehalt der Trinkwasserproben unterboten. Die Gesetzeslage lässt dies zu und das schon seit 1980. Demnach muss natürliches Mineralwasser keinen Mindestgehalt an Mineralstoffen mehr aufweisen. Was hinzukommt, Wasser aus Plastikflaschen kann außerdem auch noch mit Hormonen belastet sein. Abgefülltes Wasser in Flaschen ist also keineswegs die beste Option. Vor allem, wenn man dann noch den Umweltaspekt mit einbezieht, denn die Herstellung der Verpackung verbraucht Energie und Ressourcen genauso wie der Transport und das Wiederverwerten. Das Umweltbundesamt bezeichnet Trinkwasser deswegen als das, Zitat, umweltfreundlichste Getränk. Die Testerinnen und Tester verglichen die stillen Mineralwässer dann auch mit dem Leitungswasser aus dem Hahn. Dazu analysierten sie Testwasserproben aus öffentlichen Gebäuden in 20 Städten und Gemeinden. Die Proben wurden übrigens an Orten genommen, die ein höheres Risiko hinsichtlich der Trinkwasserqualität haben. Beispielsweise in den fünf größten Städten Deutschlands, wo über besonders viele Krankenhäuser und Haushalte Stoffe ins Abwasser gelangen können. Besonders im Visier hatten die Fachleute dabei 126 Stoffe wie etwa Nitrat, Pestizide und Medikamente. Das Ergebnis war eindeutig. Zwar fanden sich in fast allen Wässern Rückstände aus der Umwelt. Doch diese geben nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keinen Grund, sich Sorgen um die Gesundheit zu machen. Auch der Chemiker Helge Bergmann hat dazu eine ganz klare Meinung. Ich würde die Quinkwasserqualität als hervorragend beurteilen. Ich habe auch hier ein Glas Wasser für mich, falls es für mich trocken wird, gerade abgezapft. Und ich habe überhaupt keine Bedenken. Wasser verwenden für Tee, für Suppe, zum Waschen, Duschen und so weiter. Also auch als Nahrungsmittel. Ich habe keinerlei Bedenken. Und viele dieser Dinge, die ein besseres Wasser versprechen, das wir verwirbeln. Grander, der sagt, es belebt, es vitalisiert. Davon habe ich, wie gesagt, keinerlei Wirkung zu erwarten. Und deswegen ist das für mich also kein Vergleich mit dem Trinkwasser. Wenn das Trinkwasser verbessert werden würde, dann okay. Das wird zum Beispiel durch CO2-Patronen gemacht, durch Siphons. Das hat auch mit der Wasserqualität nichts zu tun. Das ist der Geschmack des Wassers. Und zwischen den beiden Dingen, Wasserqualität, was ist drin und dem Wassergeschmack, wie schmeckt es mir, sind himmelweite Unterschiede. Die Qualität wird in Deutschland übrigens bei keinem anderen Lebensmittel so streng kontrolliert wie beim Leitungswasser. Das hat auch die Analyse der Stiftung Warentest im vergangenen Jahr 2019 gezeigt. In insgesamt 28 Städten und Gemeinden Deutschlands wurde das Trinkwasser getestet. Das Ergebnis war positiv. Alle Wässer waren so gut, dass selbst empfindliche Menschen sie ihr ganzes Leben lang bedenkenlos trinken könnten. Falls man Bedenken bezüglich Nickel, Cadmium oder Blei hat, die vor allem über die Rohre oder Armaturen in Altbauten ins Trinkwasser gelangen könnten, kann man sich das vom Gesundheitsamt oder vom Wasserwerk untersuchen lassen. Bestimmte Labore können dann das Trinkwasser eben daraufhin analysieren. Im Klartext heißt das also, dass wir uns per se erstmal keine Gedanken um unser Trinkwasser machen müssen. Trotzdem werden Wasserfilter für zuhause immer beliebter die Keime aus dem Wasserfiltern sollen und zudem auch den Geschmack des Wassers pimpen sollen. Laut Verbraucherschützerinnen und Schützern ist das aber absolut unnötig. Dazu schreibt die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite. Aus hygienischer Sicht ist von Wasserfiltern und Wasserbehandlern abzuraten. Trinkwasser ist ein verderbliches Lebensmittel, das schnell verkeimt, wenn es zu lange im Behälter steht oder mit alten Filtern in Kontakt kommt. Zudem geben Wasserfilter oft auch Silber ins Trinkwasser ab, weil in ihnen Silbernitrat enthalten ist, um eben das Verkeimen zu verhindern. So oder so also nichts wirklich Tolles. Sprich, egal ob esoterisch aufgearbeitetes Wasser, irgendwelches exotisches Wasser, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, eben Trinkwasser aus der Leitung. Und egal ob Berliner Rohrperle oder Bad Kranenburger, was aus dem Wasserhahn kommt, ist kontrolliert gut. Und meine Empfehlung, also genauso übrigens wie dieses Video, dieses Mundschutz wegen CO2 ungesund, anklicken, anschauen und einfach Medizin abonnieren. Super Kanal. Bis dann. Bleibt dran.